hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder zum thema home assistant aber diesmal ist es auch interessant für alle die kein home assistant nutzen aber gerne eine ip kamera in ihrem netzwerk betreiben möchten und das auf eine möglichst günstige art vor kurzem habe ich euch ja schon gezeigt wie man mit der esp 32 cam und mit hilfe von esp home eine webkamera für home assistant erstellen kann heute möchte ich euch noch eine alternative dazu zeigen und zwar wie man mit dieser esp cam eine richtige ip kamera herstellen kann das heißt diese kamera hostet dann einen web server und den könnt ihr ganz normal über den browser aufrufen und das livebild ansehen und dann zeige ich euch als letzten schritt auch noch mal wie ihr solche ip kameras im allgemeinen in home assistant integrieren könnt zuerst einmal aber noch ein paar kleine anmerkungen zur esp cam denn wie ihr seht ich habe jetzt hier zwei modelle an sich sind es genau die gleichen aber mit einem kleinen aber feinen unterschied vielleicht hat das gerade schon gesehen hier liegt nämlich jetzt noch eine wlan antenne und dazu hier das passende kabel und dieses kabel kann man auf der rückseite der esp cam einfach anschließen und somit die esp cam um eine externe antenne erweitern was eben die reichweite vergrößert das funktioniert aber eben nicht bei allen esps out of the box denn in der regel ist diese kleine onboard antenne hier angeschlossen ich blende jetzt hier mal ein bild ein und da seht ihr einen mini widerstand und drei lötpunkte und dieser widerstand verbindet eben den antennen anschluss von der esp cam mit der gewünschten antenne das heißt wenn ihr so ein esp board habt bei dem der widerstand oben richtung der onboard antenne zeigt dann könnt ihr auch nur diese erst mal nutzen heißt das anschließen von so einer externen antenne hier bringt euch dann erst mal gar nichts sondern wenn ihr so eine antenne daran anschließen wollt müsst ihr eben diesen kleinen widerstand auslöten und in die andere richtung anlöten das gleiche gilt natürlich auch genau andersrum denn diesen esp habe ich mit der antenne zusammen erworben und dann ist der widerstand natürlich direkt richtig für diesen antennen anschluss eingelötet wenn ihr das dann ohne antenne betreiben wollt dann müsstet ihr eben hier den widerstand wieder andersrum auflöten damit die onboard antenne genutzt wird das nur mal eben kurz am rande kommen wir jetzt zur einrichtung des ganzen der einzige haken bei der esp cam hatten wir zwar schon im letzten video aber ich gehe noch mal kurz darauf ein die esp cam hat keinen usb anschluss heißt wir können nicht einfach usb stecker reinstecken und das ganze ding flashen sondern wir brauchen so einen ftdi adapter wie ihr den ftdi adapter mit der esp cam verbinden müsst um dann hier das usb kabel anzuschließen um das ganze system zu flashen dafür blende ich euch jetzt hier noch mal eben kurz einen schaltplan ein und dann seht ihr vom ftdi adapter der rx geht auf den tx der kamera der tx geht auf den rx und dann müsst ihr eigentlich nur noch vcc und ground mit den entsprechenden anschlüssen an der esp cam verbinden und seid damit eigentlich schon startklar zum verbinden nutze ich hier einfach diese jumper wires die auf beiden seiten einfach eine buchse haben also weiblich weiblich kabel wenn ihr euch die teile bestellen wollt alle bauteil links findet ihr unten in der video beschreibung wenn ihr sie also bestellt wird es mich riesig freuen und unterstützen wenn ihr dafür auch meine amazon affiliate links nutzen würdet ihr zahlt natürlich weiterhin das gleiche ich würde aber eine kleine provision für eure bestellung bekommen und so könntet ihr ohne einen cent mehr auszugeben meine arbeit hier aktiv unterstützen an der stelle vielen vielen dank dafür und ich würde sagen genug des vorgeplänkel wir legen direkt los mit dem video so hier seht ihr meine arduino software legen wir auch direkt los was müssen wir als erstes tun wenn wir jetzt hier mal unter boards schauen dann seht ihr im normalzustand haben wir hier nur ein paar arduinos also keinerlei esps und schon gar keine esp 32 das heißt das erste was wir jetzt tun müssen ist wir müssen unserer arduino idee erst mal die esp boards bekannt machen dazu gehen wir hier auf datei voreinstellungen und jetzt gibt es hier unten zusätzliche board verwalter urls da klicken wir hier mal auf dieses auswahl icon sondern seht ihr hier geben sie weitere urls ein eine in jeder zeile so die füge ich jetzt hier mal ein diese urls findet ihr auch unten in der video beschreibung dann klicken wir auf ok dann seht ihr werden die hier durch komma getrennt hintereinander in dieses textfeld eingetragen und dann klicken wir ok so nachdem wir jetzt die zusätzlichen board verwalter urls eingetragen haben können wir hier unter werkzeuge board in den board verwalter wechseln und suchen jetzt hier mal nach esp 32 und dann finden wir hier auch esp 32 bei espressive systems also klicken wir hier auf installieren nachdem die installation abgeschlossen ist können wir das fenster schließen gehen wieder auf werkzeuge schauen noch mal unter bord und sehen jetzt hier esp 32 arduino in dieser liste suchen wir jetzt das kamera modell ai thinker und hier ist es schon ai thinker esp 32 cam das wählen wir aus so das richtige board ist jetzt ausgewählt also können wir uns jetzt um unser programm für die ip kamera kümmern dazu gehen wir auf datei beispiele und hier finden wir jetzt einen punkt esp 32 wählen darunter in dem menü den punkt kamera und darin den eintrag kamera webserver das beispiel wird in einem neuen fenster geöffnet so und hier müssen wir nur zwei kleine sachen ändern und zwar einmal wir haben nicht das modell kamera model rover kit also kommentieren wir das mit zwei slashes davor aus sondern wir nutzen kamera modell ai thinker also davor die zwei slashes weg ihr seht auch alles was inaktiv ist ist grau das andere ist farblich hinterlegt daher können wir gut erkennen dass jetzt kamera modell ai thinker aktiv ist so und das nächste was wir noch ändern müssen ist unser wlan zugang dazu gibt ihr hier eure ss id ein und bei passwort euer wlan passwort ja mehr müsst ihr an dem quelltext hier auch gar nicht ändern das programm ist jetzt sofort einsatzbereit also können wir jetzt unsere esp cam mit dem usb anschluss verbinden an der stelle noch ein kurzer hinweis im schaltplan war es zwar zu sehen aber ich habe es nicht erwähnt und zwar müsst ihr zum hochladen des programms bevor ihr strom auf die kamera gebt den so 0 pin mit ground verbinden und erst dann die kamera bzw den ftd adapter mit eurem usb anschluss verbinden denn diese brücke sorgt dafür dass die esp cam in den flash modus geht ohne diese brücke könnt ihr kein programm übertragen heißt wenn ihr einen connection fehler kriegt also dass die software gleich beim hochladen nicht mit eurer kamera verbinden kann dann überprüft noch mal ob ihr die brücke zwischen so 0 und eurem gnd überhaupt gesetzt habt oder richtig gesetzt habt ich schließe jetzt die kamera mal an den usb anschluss an danach gehe ich hier auf werkzeuge und wir schauen mal eben kurz auf port hier sehen wir port ist com 5 normalerweise habe ich nur com 1 also die kamera ist an com 5 den wähle ich aus und sage hier hochladen so das hochladen ist abgeschlossen damit ihr das etwas besser sehen könnt mache ich das hier mal eben kurz ein bisschen größer und zwar seht ihr jetzt hier leaving hard resetting via rts pin heißt euer esp wurde jetzt neu gestartet aber wir haben ja noch die brücke zwischen dem so 0 und ground an der platine diese müssen wir jetzt erstmal entfernen also usb stecker abziehen die brücke entfernen und dann können wir den usb stecker wieder einstecken nachdem wir jetzt die kamera ohne die brücke zwischen so 0 und ground neu gestartet haben öffnen wir mal hier oben rechts den seriellen monitor und ich drücke jetzt noch mal die reset taste an der kamera und dann seht ihr direkt hier den boot vorgang er gibt uns diverse informationen aus und sagt uns dann wifi connected started web server on port 80 und stream server auf port 81 und was noch viel wichtiger ist er sagt uns unsere ip also die ip der kamera das kopieren wir uns jetzt mal und rufen diese adresse jetzt im browser auf so und dann seht ihr hier schon eine einstellungsmöglichkeit für die kamera setz mal direkt hier die auflösung hoch sagen wir jetzt einfach mal 1024 mal 768 und ich sage hier unten mal start stream ja und dann seht ihr auch schon habt ihr hier ein live bild der kamera auf der rechten seite hier haben wir diverse regler wir können also die helligkeit rauf oder runtersetzen wir können den kontrast rauf oder runtersetzen oder auch mit der farbsättigung arbeiten ja und eben noch diverse andere sachen ihr könnt zum beispiel auch das kamera bild horizontal oder auch vertikal spiegeln was leider nicht geht dass ihr das kamera bild in 90 grad schritten drehen könnt denn die esp kamera selbst erzeugt schon ein mjpeg stream und dieser wird durch den webserver einfach nur übers netzwerk weitergeleitet und kann insofern von diesem modul selbstständig nicht gedreht werden das müsstet ihr also in eurem client realisieren wenn das denn nötig ist nachdem ihr dann die kamera so eingestellt habt wie ihr sie gerne hättet können wir jetzt einmal den live stream testen dazu geben wir jetzt hier ein doppelpunkt 81 denn auf port 81 läuft der stream und dahinter noch ein slash stream wenn wir jetzt hier enter drücken dann kann das schon mal einen moment dauern manchmal muss man auch die seite noch mal aktualisieren aber dann seht ihr kommen wir auf eine seite ohne einstellmöglichkeiten und sehen einfach nur noch unseren live stream also das live bild von der webcam und diese adresse die brauchen wir gleich um unser kamera bild in home assistant einzubinden um system benötigt aber zusätzlich auch noch ein standbild für die vorschau und das schauen wir uns auch mal eben an das erhalten wir nämlich wenn wir die ip adresse in den browser eingeben und dann sagen slash capture so und dann seht ihr kann ich hier weiter reden hier passiert einfach nichts mehr wir haben jetzt nur noch ein standbild rufe ich die seite noch mal auf dann wird ein neuer snapshot erzeugt und wir sehen das aktuelle bild von dem moment wo wir die seite aufgerufen haben ja das sind also die beiden adressen die wir kennen müssen und mit diesem wissen wechseln wir jetzt ins home assistant ja und hier im home assistant habe ich schon mal einen reiter für die kamera vorbereitet der ist aber natürlich noch leer denn wir müssen home assistant erst mal unsere kamera bekannt machen dazu wechseln wir in den file editor müssen hier in die configuration yaml für alle die nicht wissen wie sie da hinkommen einmal hier oben hin klicken configuration yaml auswählen und dann müssen wir hier einen eintrag für unsere kamera erzeugen wir schreiben dazu kamera doppelpunkt in der nächsten zeile zwei leertasten minus leertaste plattform doppelpunkt mjpeg neue zeile bündig unter plattform schreiben wir dann name doppelpunkt nennen das ganze mal esp cam wieder neue zeile und jetzt brauchen wir eine mjpeg unterstrich url und hier müssen wir jetzt unsere stream url eintragen und das war http doppelpunkt doppel slash 192.168.5.126 doppelpunkt 81 slash stream diese ganze url packen wir noch in anführungszeichen und das einzige was home assistant jetzt noch benötigt ist die still image url doppelpunkt und wieder in anführungszeichen http doppelpunkt doppelt slash 192.168.5.126 slash capture das war es an der stelle auch schon an konfiguration wir sagen speichern und damit home assistant die konfiguration neu einlädt gehen wir auf serversteuerung prüfen einmal kurz ob wir alles richtig gemacht haben jawohl konfiguration ist in ordnung also neu starten so home assistant ist neu gestartet also gehen wir jetzt mal in die übersicht wechseln hier auf den vorbereiteten reiter cam und sagen jetzt hier oben rechts mal benutzeroberfläche konfigurieren und fügen eine neue karte hinzu suche jetzt hier erst mal nach glanz und zwar suche ich bildglanz das ganze nennen wir jetzt erst mal einfach esp kamera und dann sagen wir hier einmal bei kamera entität esp cam so dann seht ihr hier unten habt ihr noch die möglichkeit zum beispiel sensoren einzublenden für diesen bereich den ihr überwacht ihr könntet zum beispiel aber auch einen switch hier noch hinzufügen wenn ihr zum beispiel das licht in dem raum den die kamera überwacht hier drüber auch direkt an und ausschalten möchtet und wir sagen jetzt einfach mal speichern sondern seht ihr hier auch schon das ist das vorschaubild also das standbild der kamera dieses bild wird intervallweise alle paar sekunden aktualisiert ich weiß nicht zehn zwanzig sekunden so um den dreh und wenn ihr auf dieses bild drauf klickt dann erhaltet ihr hier in einem zusatz dialog auch den live stream wenn ihr jetzt hier an dieser stelle den live stream sehen möchtet dann geht ihr noch mal hier auf bearbeiten und wählt bei der kamera ansicht einfach live aus und wenn wir jetzt hier speichern sagen dann habt ihr direkt auf dem dashboard auch die live ansicht der klick bringt euch natürlich trotzdem noch den dialog ist dann aber unnötig es gibt natürlich noch viele viele andere möglichkeiten kameras in home assistant hier auf dem dashboard anzulegen aber prinzipiell ging es mir jetzt darum euch die esp cam als ip kamera vorzustellen und ja insofern denke ich das soll es an der stelle erst mal gewesen sein ja so viel zum thema esp 32 cam als ip kamera in euer netzwerk einbinden beziehungsweise in home assistant ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen wenn ihr doch noch irgendwelche fragen habt schreibt mir gerne unten in die kommentare oder noch besser schaut direkt bei uns auf dem discord vorbei den link blende ich euch hier ein findet ihr auch noch mal oben in der infobox dort finden täglich viele viele gespräche rund um die themen haussteuerung im speziellen home assistant aber auch so themen wie arduino raspberry pi linux im allgemeinen 3d druck und 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 statt wenn euch also diese themen interessieren schaut auf jeden fall mal vorbei wird mich freuen den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können ansonsten hoffe ich natürlich hat euch das video gefallen wenn ja zeigt mir gerne mit dem daumen hoch abonniert auch direkt den kanal falls noch nicht geschehen und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten video ciao